So, wir kommen zur Klasse 4, Allerhard Ocken, also ohne Hufraubbetretzung, Christian Hägele hat die Lagerhof, Sankt, Hubbar und Bresa und es wird mit Sicherheit ein heißes Rennen zwischen Christian Hägele und Jerem Andréx Süß. Also auch in Bresa, vor 14 Tagen kommt der Jerem Andréx Süßli, das Rennen für sich entscheidend, das war Tobias Albiker und der Michael Radda, wo er in den Kloch Althor, jawohl. Sankt, Hubbar und Bresa und Bresa und Bresa und Bresa und Bresa. So, der Gerät ist fast dran, am Christian Hägele aus Hülsingen. Unterwaltung des Kloch Althor, der Tobias Albiker, auf Hülsinger 59, der Stefan Löbik auf Hülsinger 98, der Official Radar. Ja, es wird auch die Kante liegen in den Abstand, auch in so eine Falten, Hier vielleicht sogar noch ein bisschen ausbauen, also die Strecke liegt hinterhin, offensichtlich nicht ganz so. So, Christiane Eglis, Jerez-Abrecht-Güßler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020